Herzlich Willkommen zu meiner heutigen Folge auf der Karte und der Karte. Wir bereiten die Aussage jetzt vor. Auf 160. Ich habe vorher Hafer aufgesucht. Stroh werden wir noch liegen lassen. Da hat der ganze Arbeitsaufwand geteiligt. Wenn wir später was kaufen würden. Dann können wir die Lager haben. Woher ausfahren? Genau die andere Richtung. Soh! 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 Ich weiß nicht, ob ich hier den Punkt bin, wo er gerade noch nicht begann, dass er da außerhalb ist. Ich weiß nicht, ob er da reingefahren ist. Ich weiß nicht, ob er da reingefahren ist. Das ist zwar unwahrscheinlich, aber nicht ganz unwahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob er in der Zone passiert. Ich weiß nicht, ob er das ist. 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 Ja, so geht es auch. Gut. Das ist, wenn wir zweifeln. Aber gut. Fahren wir jetzt so einen Vell. Der Vell ist sehr perfekt. Der Vell ist ja lauf. Da waren die Außerhalb. Die können wir schon mal anfangs verkaufen. Ich weiß nicht, ob die Teile so weit sie sind. dem Vorsicht in das Talen sieht doch gut стен. und drehen wieder. Der Vell ist so weit, da es geben. Der Vell ist. so habe ich hier die die hier so und das haben wir eigentlich hier enter Ente. 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 Beführung haben wir. Aussage. Haben den richtigen Kurs. So, jetzt die Maschine. Dann ergänzen wir noch die Maschine. Aber das werden wir gleich wissen. Dann deckt sich hoch. Aussage. Er lädt schon mal los. Alles gut. Dann werden wir gleich in die Katastrophe rein. Die werden nicht mühltig. Dann machen wir drei Vorderwände. So. Der Kurs passt nicht. Dann werden wir gleich lösen. Dann werden wir gleich lösen. Alles lösen. Dann. Haben wir neu. Ok So, wir werden den nächsten Kurs an, den speichern wir erstmal. Jetzt den Kurs an ein. So, wir werden 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 den Kurs an ein. Das haben wir ein bisschen eingesammelt, aber jetzt haben wir den bald bis zum Hof. Jetzt werden wir dann gleich erledigen, vorne, ausklappen. Ja, das ist gut. Jetzt wollen wir dann noch mal hin. So, wir fahren jetzt den Hof, nochmal einen Leeren, beziehungsweise eine LKB-Lehrbach, mit der LKB reintippen oder Leitzeiten wieder, ob das geht. Bein frei. Aufstehen! Nichts mit der Schlammerhaule. Dann fahren wir jetzt weiter mit dem nächsten Airport. In der Hütte. Das müssten wir eigentlich einen LKB besorgen, der ein bisschen Leistung hat und dann zwei Hänger ziehen kann. Wenn man da tun, mal gucken, ob der blaue einziehen kann. Der blaue ist auch noch drin. Die Deichslöbe sollen und dann entsprechend verkaufen. Verkaufen. Ein bisschen Kleigel für die. So. So. Ja, genau der Tier entfernt. Kollision ist. Das klappt doch. So. 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 Wir werden hier noch warten müssen, wenn wir uns hier 1-3 Blutstoffen stellen. Zu Holz kommen wir heute nicht. Daumen nach oben. Daumen nach oben. der braucht noch eine stelle aber wie gesagt sobald wir hier verkaufen wir was die preise sind für weizen vielhandel das geht für weizen geht das da müssen wir gucken wenn den einen bot drauf für bgh verkaufte ballen verkauft das holz hat sich gut verdient haben wir ernte das kann eine lohnbietleistung eine halbe jahre mal schauen das ist die weiterentwickelt wenn man vorne ausrecken kann so kommen wir nicht durch hat er nicht in vorne fahren wo ist denn Durchdrehen reichen, das ist ja nicht gut, da kommt wieder von der Kurve weg. Das ist ja nicht gut, da kommt wieder von der Kurve weg. Das ist ja nicht gut, da kommt wieder von der Kurve weg. Das ist ja nicht gut, da kommt wieder von der Kurve weg. Wo sieht man das? So, meine Freunde, das ist ja heute eine voll gute Zeit. Kann mir das auch nicht gefallen. Ich würde mich freuen über ein Live, gerne mal ein Abo. Dann soll ich auch mal wieder sehen. Das ist ja natürlich so gut, wenn ich mich nicht so gut bin. Das ist ja nicht so gut, wenn ich mich nicht so gut bin. Das ist ja nicht so gut.